Ich wünsche Ihnen diesen Morgen Gottes Segen durch diese Vormittagsstunde, die wir uns an Zahra-Walgen Gottes im Wutnen anloten. Ich habe mich ein paar ganz bekanntere Versen gewählt für die Anleitung der Tümer. In 2 sage ich, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die später sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsind Tag und Nacht. So sage ich immer, wohl dem, der nicht wandelt, nur den Rat von den Gottlosen, und nicht ab dem Weg geht von den Sündern und nicht durchsetzen, das würde ich später sein, sondern wir sind loshaft und Gottes im Wut. Wer über Gottes im Wut nur denkt oder nur falsch, Tag und Nacht. Ich denke, wir wissen alle, das ist die Bibel, nicht? Die Bibel ist ein Berg, wo er immer alle Biker ist. Und wir haben ein Klima genannt, das ist ein Klima nachloten, wo er um das Bück so viel herkommt, als es alle um die Biker. Das ist der einzige Bück, und das wird erst das Bück genannt worden. Ich glaube, es ist wie alle, wenn wir von dort Bück reden, wo wir dann von der Bibel reden. Ich glaube, hier alle, die wir kennen, haben, die würden hier in der Kenia sagen, geholt mal dort Bück. Von woher Bück reden wir dann? Das ist bei so einem Bück, wo der immer alle Biker ist. Das ist die Bibel. Und ich fand mich auch das Bück so besonders. Ich fand mich auch das Bück so viel weg, als alle andere Biker. Warum ist das Bück so viel herkommt, als alle andere Biker? Wir haben uns genau ein bisschen herkommt. Und das Bück, wenn wir uns in der Eigenschaft herkommt, von dem Bück, dann war dann so tätig geworden, warum die Bibel so viel herkommt, als alle andere. Das Bück ist, so zu sagen, einzigartig. Einzigartig, das meint, das ist nicht zu verglichen mit das Wort. Du hast kein so ein Ding, das du gehst zu verglichen mit der Bibel. Ich kann mir ein paar Dinge, die uns in der Bibel näherloten, was das so besonders ist in der Bibel. Erstens, die Bibel ist geschrieben worden von Meier aus 40 verschiedenen Schreiber. Und diese 40 Schreiber, die sollten nicht töten in einem Stuhl, in Blunden, wo sie mal so ein Bück schreiben, sondern du wirst wenigstens in der Zeit von diesen 400 Jahren erfaschen. Von der Anfang der Bibel geschrieben, war der vorig wäre. Du wirst wenigstens in diesen 400 Jahren, dort wirst wenigstens 60 Generationen. So, dass wir in langer Zeit verschen. In den Tiden ändern. Wenn wir uns mal besser treten, wir wissen, wir waren ein paar Generationen treten, von unseren Verfahren. Aber nie, wir sind auch auf den Tiden geschenkt, wir sind auch in Generationen geschenkt. Und das sind immer drei, die sind ja drei, was wir anfangen, die Bibel zu schreiben. Und die Bibel wird dann aktuell. Die Bibel postet dann in der Tiden, was das geschrieben wird. Und von der auch postet dann, haben wir kregen unsere Tiden. Das ist wundervoll. Das ist so lange Tiden, dass das nicht nur ein Bück ist, sondern das ist immer alles. Das Bück ist immer alle Bücker. Das Bück ist von derischen Dach, und haben wir ganz aktuell. Die Tiden haben sie schenkt, dass der Mauden haben sie schenkt, dass alle, so sah, dass alle sie schenkt, die Tide ist so niemals, und so, das war ich schenkt, von ich einmal war nach Träden, und das Bück, als ob wir noch keine Ölmöcher Bücker, da posten dann, haben wir kregen unsere Tiden ein. Von derischen Dach, waren dann viele Menschen geholpen durch die Bibel. Viele Menschen fingen den Weg von dem ewigen Leben in der Bück, und viele Menschen fingen auf eine Ermutigung, dann haben wir jeder Dach durch die Bibel. Und so können wir noch eine lange Reihe mehr Dinge abnehmen. Viele Menschen haben die Probe, so und so, Königreichs haben die Probe das Bück unterlassen, haben die Probe, die Bibel, alle wenige, zu verbrennen, die uns unterlassen. Und schon haben sie das verbracht. Gott hat sich da in die Kämmer, dass das Bück erst bestanden geblieben. Und nachher denke ich, was die Bibel hat, was schon unsere Bück hat. Das wird noch eine lange Reihe mehr sein, aber das eine Ding, weil wir uns nicht mehr wieder nennen wollten, und dort geht um Prophezeiungen. Die Bibel hat, und dort Prophezeiungen abgeschrieben, zum Beispiel im Osten Testament, das sind eine lange Reihe, Prophezeiungen, wo die Luther krägt buchstäblich, krägt es dort in der Fallung gehen. Das darf nicht noch in die Bibel, wo die so krägt Prophezeiungen, auf abgeschrieben, in einem fehlenden Jahr in Luther, dass er krägt buchstäblich, dass es dort in der Fallung ging. Das darf ich noch mal Bibel von anderen Religionen, da haben wir noch eine Bibel, wo das keine Bibel, wo die Prophezeiungen abgeschrieben, in Luther, dass er Proof ist, dass Luther krägt so in der Fallung gegangen ist. Dort haben wir uns noch ein paar Prophezeiungen von Ongjeng. In Jesaja 7,4,4,3, sagt er, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Zertiert werden, dass Jesaja seine Tate prophezeit, in Luther und Matthäus, Matthäus 1, Vers 22, wenn ich in 3, wenn ich sage, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht sicher, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt, Gott mit uns so. Dazu eine Prophezeiung. In Jesaja wird es prophezeit, dass die Jungfrau schwanger wird. Sie wird ein Sehnen geboren und das sagt, dass die Böse an den Namen Immanuel. Und das passiert, kriegt es dort. Nach einer Prophezeiung fängt mit Jeremia, eindeutig verschaften. Jeremia, eindeutig verschaften, sagt, so spricht der Herr, eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Und so passiert auch Luther, war er an Matthäus. Matthäus, Matthäus 2, Vers 2, und 3, und 3, wenn ich fängt, wo er sagt, dass du passiert, dass du passiert, dass du sagst, wo er es. Und Jeremia, eindeutig verschaften, wo er es passiert, dass du das abgeschrieben hast, wie er. Noch eine Prophezeiung fingen wir in Zachariah, nähen verschnähen. Du sagst, das steht, Frau Locke sehr, du Techter Sion, Jaukse, du Techter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Ratter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Föllen, einen Jungen der Eselin. So, hier wird früht gesagt, ich werde mal ham bledern, das war er in Matthäus, Matthäus verscheuert, wird euch sehen, wenn wir mal lesen. So, hier passiert war er, krägt es das Friede, sag ich, hier. Verscheuert, sag ich, und als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an dem Ölberg kamen, sagte Jesus zwei Gänger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Föllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so spreche ich, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich säen. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der Sprech. Sagt der Techter Sion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einen Esel, und zwar auf einem Föllen, dem Jungen des Lastiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihn befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Föllen und legte ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. So habe ich einmal verrückt gesagt, dass Jesus würde ab einem Esel reden und da zeige ich gleich, ab wovon Esel? Da zeige ich, du wirst ein Esel sein, mit einem Föllen, und ab dem Föllen würde er reden. Und mir wäre das sehr interessant, weil die Bibel darf nicht bis an die Firma, was für euch gesagt soll, so und so, massenminus, was passiert. Da habe ich einfach buchstäblich beschrieben, was passiert, wovon Tiere was sehen, dass du noch einen Jungen, dass diese einen Jungen Esel haben, nicht? Und da passiert, der Kreis ist dort. Und dann hat er noch eine Prophezeiung, die ist in Jesaja 3,50, Vers 9. Du sagst, der Mann bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Und dann wieder die Prophezeiung, und dann das fängt wirkend in Matthäus, Kapitel 7, finde ich, Vers 57, als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimatia namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. Und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. So, da war die Vare prophezeit, dass er wie in Rechen wurde begrüßt, begrüßt, und verscheiden und verscheiden, ich sage, die kamen in den Mond und da war ein reicher Mann. Das war so klar, dass es so passiert, dass es so geprophezeiht wird. Das ist nicht ein reicher Mann, dass es so wie in den Mond, dass es so ein reicher Mann wird. Und hier kann es sein, dass es so dass es so in der Fahlung. Und das würde er noch keine langere Mordelänge und sein doelten seines Bespieler, aber dann würde er nicht nehmen, wo er so klar zu sein ist. Dass er prophezeit wird und du da bist hier, du kriegst es dort. Und ich denke, wenn wir uns tun alle und dann habe ich keinen Triebel, dass das Einzige war, wo Gott das ist. Du hast das können, wer kann seine Prophezeiung geben aus Gott selbst. Viele Menschen, die in die Bibel haben, sie proben, dass die Bibel nicht so wird, dass die Bibel lehnt. Besonders über den Jesaja Begriff, der letzte Report von Jesaja, dass wir verliehen, dass wir allmählich sind, Jesaja ist in Etat, dass Jesaja das geschrieben hat und so lange Luther kriegt es dort in Erfüllung gehen. Es war gesagt, dass wir allmählich das Luther bis beidun und so das heute das Tal Jesaja aber dass wir Luther beidun waren. Wenn es eine Sache wird allmählich wird so klar beschrieben sein, was da wird passieren. Das ist schön, was ich vielleicht auf den Hittan war, der Video mal jungen jungen wurde ein Schub in Kummer an, in Israel war, er hat Kass verbezelt und er sieht sie kram, sie sieht seine Kass. Wenn er hat, dass er ein Heul ist, er schmiert den Stein an, er hat eine Klinge zu bauen. Und dann schatten sie ab und Gunther Hahn und seien sie dort die große Kröten durch die Stab und waren seine Dalsch Schreibfrau. Und wenn wir sehen, dann fängt sie das ganze Ältere Testament, das heißt nicht, eben das ganze Ältere Testament wird buchstäblich kräg abgeschrieben. Und das stammt kräg mit unserer Bibel von Wart noch wieder neu sein und dann fangen sie üt an diese Schreibfrau die wird in März 2000 Jahr drei von so lang drei werden diese Schreibfrau geschreven. So das ist ein Heimproof. Gott hat sich gekämmert dass Dinge abkommt sie wollen sie verliegen hat sich an die Kämmer wie immer war so klar vor Hör hat sie gut bewahrt Gott hat sich und gekämmert dass sie gut ganz bewahrt geblieben ist und diese Schreibfrau die sie gefangen haben das stemmt ganz mit unsere Bibel von der top so das ist sehr wundervoll wo Gott hat die vierte haben wo Gott sich und sie wird gekämmert hat ihr wisst hat uns wird fehlungen in dem Wut und wir nicht weit in Wuhan das Fehlwort wo wir uns können 100% erreichen und ich denke es ist das wenn ich mit auch wo Gott sie gut bewahrt hat dass wir eine forstere Sache über sie Wut und Gott hat sich geguckt sodass die Tiden sich und die Kämmer dort sie Wut einmal waren versaut und noch geschrieben Wut dass wir sie Wut können haben dann zum Schluss haben wir noch ein paar mit Matthäus 5 Versch 8 zu lesen Matthäus 5 Versch 8 sagt dann weil ich sage euch bis Himmel und Erde vergangen sind wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen bis alles geschehen ist so Gott sie gut wird immer blieben du nicht ein Buchstabe nicht ein Strich sie wird vergehen was alles in Erfahrung gegune ist so ich denke wir können uns ganz verlohen ob Gott sie gut kann nicht einmal sein und das ist wichtig wir uns beschafft mit Gott sie gut in dieser Zeit wo wir nicht sind so viele Dinge kommen ab aber wir können uns ganz klar verluten da wird die Bibel sagt so dass die Wahrheit Amen und Gott sie gut sehen